Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Freitag, der 13. Zusammen mit Cassie. Hallo. Und mit Eri. Hallo. Ja, und meine Lieben, wir haben uns überlegt, da ziemlich viele Parts von uns manchmal ziemlich lang werden, so über 30 Minuten, haben wir uns nun überlegt, dass wir die Parts kürzer halten werden. Sprich, wenn eine Runde halt 15 Minuten nur lang ist, dann sind das eben nur 15 Minuten, aber wenn es dann halt nur 8 Minuten oder so sind und dann sind wir schon alle tot, dann würden wir nochmal eine Runde dranhängen, einfach damit die Parts auch schneller hochgeladen werden können und so. Ansonsten dauert das echt ewig. Ja, die Dateien sind doch relativ groß dann irgendwann. So, schon mal eine kleine Info für euch. Erstmal, wer ist Killer? Jojo, alles klar. Ich bin kein Killer. Okay. Ich habe eine Batterie gefunden und die Schlüsse. Und mich. Der Typ wohnt in mein Haus leer. Und Eri habe ich anscheinend auch gefunden. Ja, ich bin schon wieder die Klette hinter dir. Nein! Kommst du nicht rein! Nein! Oh! 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 Ey, das war eine klare Message. Tür zugeschlagen, hä? Aber voll. Direkt voll in die Nase, ey. Ich wollte dich mit meiner Bratenpfanne beschützen. Du bist ja schließlich nur mit der Batterie unterwegs, aber wenn du keinen Schutz haben willst... Ne, den Schutz möchte ich erst gleich beim Auto haben. Ja, das kannst du dir jetzt hier nicht aussuchen. Ich glaube, ich gehe zu dem Auto im Kreisel, ey. Oh nein, ich bin immer irgendwie ein bisschen sicherer. Ich seh' den Mörder, ich seh' den Mörder, ich seh' den Mörder. Ich seh' ihn auch. Auch so auf der Map sieht man ihn gerade. Ja. Ja, ich hab' ihn auch gerade gesehen. Ich hoffe, er kommt nicht zum Mann. Ja, du bist in der Nähe. Ja, das ist das Schlimme da dran. Seid ihr beim Haus oben? Oh, was ist da? Äh, beim Haus. Oh, ich hab' da echt Gas gefunden. Ja, also hier ist ein Haus. Eri! Was? Ach nee, hier kommt jemand anderes. Wo ist denn der Typ, der jetzt hier ist? Hier ist das Gas, wo ich bin, in dem Haus. Ah, okay. Jetzt bin ich wieder gut genug. Jetzt bist du wieder gut genug, ja. Ich will woanders hin. Ich muss erst mal gucken, wo der Killer ist. Ich hab' noch keine Map, habt ihr irgendwas? Äh, ein Eisenrohr. Ein Eisenrohr. Die Nächste, die mir die Tür vor der Nase zuhaut. Was ist denn heute los? Ja, man sollte mal versuchen, verschiedene Häuser zu nehmen, um halt die ganzen Teile separat finden zu können, um so schnell geht's. Ja, wir rausgehen gerade. Die wollte, dass ich drin bleibe. Das ist ganz toll. Ups. So, Eri. Eri, ich bin wieder bei dir. Ah, okay. Aber ich geh jetzt zum Auto und versuche mal die Batterie einzupflanzen. Na gut, ich komm mal mit und versuch dich zu beschützen. Ich bin ja nicht so nachtragend. Mit der Bratpfanne immer noch. Äh, nee, ich hab ein Eisenrohr. Ah, da bist du. Da bist du ja. Mir gefällt gerade nicht, dass hier so viele jetzt beim Auto sind. Ja, das ist ziemlich scheiße. Deswegen versuche ich hier gerade mal ganz still und heimlich abzuhauen. So, ich geh nochmal in dem Haus gucken. Ich seh dich, Cassie. Ja, das hab ich mir auch gerade gedacht. Ups, jetzt hab ich sie dazugemacht. Ich geh nochmal bei dem Haus gucken, ob, ähm... Äh, sag mal. Ja? Was denn? Achso, ich wollte gerade sagen, hier drei Leute auf mir. Ja, ich bin gerade nicht ins Haus gekommen irgendwie. Ja, dieses Haus hier war das, glaube ich, nicht. Hm. Na, schlipp auf fast die Benzinskliczelle. Was? What? Ach ja, ich muss das mal ausstellen. Das nervt tatsächlich ziemlich. Ich hab's ausgeschalten und trotzdem gehört. Warte mal, ich lass, ich nehme mir jetzt gerade mal kurz die Zeit. Ja, nee, sobald du das, ähm... Ich hab das nicht. Achso. Ja. Wieso rekt mir der eine jetzt wieder nach? Das war zwar teilweise mal ganz lustig, aber... Ähm... So, auf Dauer ist es dann doch nervig. Mhm. Ja. So, wie sieht's aus mit dem... Ey, die machen ja alle gar nichts. Was ist los mit denen? Hm. Selbst das Gas steht hier noch rum. Hallo? Na toll. Dann geh ich halt auch noch das Gas einfüllen und dann hab ich die Schlüssel. Also bewaffnet euch Mädels und kommt dann zum vierer Auto. Ach, du hast die Schlüssel? Okay. Ja. Du hast gleich alles saugeil. Ja. Das macht ja sonst keiner was hier, ne? Okay. Ich hab Firecracker. Ja, such mal noch ne Schusswaffe vielleicht. Das wär eigentlich ganz gut, ne? Oh, die Musik ist grad irgendwie nicht so geil. Habt ihr ne Ahnung, wo der Killer ist? Nö. Moment, grad nicht. Der Jojo hat aber auch bisher noch niemanden gekillt. Stimmt. Oh Gott, in der Nähe von mir ist grad, glaub ich, jemand gestorben. Ne, Suicide. Der Retro-Killer ist in der Nähe. Der Retro-Killer ist in der Nähe. Ah, okay, ich bin im Zelt beim Auto. Wach, da hinten hin. Wow. Scheiße, ich hör die Musik vom Retro-Killer. Oh ja. Ja, ich auch gerade. Ich lauf gerade weg. Sieht der das, wenn ich im Zelt sitze? Ja. Okay, dann geh ich... Wenn er seine Sicht macht, ja. Okay, wie mit den Häusern halt. Oh, der Killer ist grad... Der Killer ist grad richtig schön an mir vorbeigelaufen. Dabei hab ich mich ein bisschen nur ins Gebüsch gestellt. Aber ich trau mich noch nicht so recht, mich mehr zu bewegen. Scheiße. Komm, lauf. Okay, bist du schon beim Auto? Fühlst du schon? Ne, ich hab den Killer hinter mir. Ah, okay. Ist das das Auto im Kreisel? Ich hab nämlich keine Karte. Ja. Ja, das Auto im Kreisel. Da will ich hin. Da bin ich jetzt, aber... Bringt ja nicht so viel so. Ich schau mal, ob ich noch eine Schusswaffe finde. Ich glaub, er ist gerade weg. Dann komm ich jetzt noch mal schnell wieder. Ich geh mal kurz, äh, aufs Dixi verschnaufen. Ja, mach'n das. So. Ich bin gleich da. Mhm, okay. Ups. Und dann muss ich's nur noch reinkriegen, das Gas. Mhm. Und dann heißt's Autofahren. So, ich bin jetzt am Auto. Ihr solltet jetzt kommen. Okay, ich bin auch da. Mal ganz schnell. Ganz schnell? Ja. Okay, hier im Auto, äh, hier im Haus ist auch noch eine Batterie. Aber das brauchen wir ja jetzt nicht mehr. So, ich beeil mich. Wieso geht denn die Musik hier grad so ab? So. So, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Okay, der Mörder ist auf der Map zu sehen. Ich seh'n, ja. So, ich starte jetzt das Auto. Wann komm' ich denn da rein? Ihr müsst dann, sobald das Auto an ist, und dann sofort reinsetzen. Und dann müssen wir losfahren. Ah, jetzt auch. Okay, gut, gut. Sind alle drin? Ja. Okay, Mädels, raus! Oh Gott! Oh, die Ansicht ist ja furchtbar so. Ja, ne? Man sieht fast gar nichts. Ja. Ihr müsst mir ein bisschen helfen mit der Karte. Du siehst die Minimap auch nicht, ne? Doch, die Minimap schon, aber ich weiß es nicht. Rechts, links. Ich hab ja die große nicht. Ich ja auch nicht. Ich glaub, so passt's schon. Einfach mal aus. Ja. Genau, und jetzt gleich nach links. Nicht nach rechts? Ich würd nach links, ja. Okay. Ich glaub, da ist der Weg kürzer. Okay. Können wir's echt schaffen? Ja, 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 ja. Das sieht mich gut aus gerade. Können wir's schaffen? Schaffen wir. Ja, mein Gott, ey. Wie geil. Alle drei zusammen. Voll gut. Das ist schön. Und eigentlich hat Shiva alles alleine gemacht. Ja, ne? Ja, schon. Ihr seid mir alle eine tolle Hilfe, ey. Ja. Also, wir waren die Letzten? Mami. Was? Oh mein Gott, ernsthaft? Was? Hä? Was? Was? Aber hier waren die Letzten? Die sind aber, warte mal. Eskaped, eskaped, eskaped. Das sind wir drei gekocht. Ja. Der eine, der eine ist gekocht und der andere wird so anspurt. Okay. Oh, echt? Mir fällt gerade ein, wir haben doch dieses Wochenende Double Experience. Ach, das auch noch. Deswegen gab das jetzt so viel Experience. Ja. Ich hab mich auch gerade gewundert. Ach, geil. Ja, aber wie geil, wir sind zu dritt entkommen, ey. Ja, ne? Voll gut. Voll gut. Aber wir haben jetzt neun Minuten. Aber ich glaube, das ist noch eine kurze Runde. Ja, wir haben neun Minuten, wir machen auf jeden Fall noch eine Runde. Ja. Und schnallen euch gleich wieder rein. Bis gleich. Genau. Bis gleich. Bis gleich. So, du Leute, da sind wir wieder. Yippie. Yippie. Weiter geht's. Eine neue Runde. Sind wir schon wieder hier. Ja. Ein Minuten spät. Sind wir doof. Laufen einfach wieder zurück. Ja. So, wo sind wir eigentlich? Keiner von uns ist Mörder, das hab ich auf jeden Fall schon mal abgeschickt. Der Slip ist es. Ja, ich hab's immer noch vergessen. Ich meine, ihr... Das Problem ist, hier sind super viele an einer Stelle gespawnt. Das gefällt mir so gar nicht. Ja, ich seh's auch gerade. Stimmt, der Killer wahrscheinlich auch gleich mit. Oh, was ist das? Ich hab die Autoschlüssel, oder? Nee. Das... Die Schiffsschraube hab ich gefunden. Cool. Ah, sehr schön. Das ist doch was. Brauche ich noch das zugehörige Schiff. Gucken wir mal. What the fuck? Was? Der Mörder ist hier. Nein. Jetzt schon. Ja. Oh, Mann. Ich muss mich beeilen. Oh, shit. Also, ich bin da in der Nähe von dem Zeltplatz gerade und schau jetzt mal, wo das Schiff ist. Ähm, unten. Du rennst falsch. Okay. Da lang. Du musst Richtung Süden. Da ist dann das Schiff. Ah, okay, danke. Bitte. Ich lauf irgendwie immer falsch. Kassi, lebst du noch? Ich lebe noch. Gott sei Dank, ja. Ich versuche ihn jetzt so ein bisschen... Also, du spielst gerade noch mit dem Mörder, ja? Also, ich nicht direkt. Nee, die anderen drei, die hier im Haus sind. Ah, okay. Nee. Ich versuche mich jetzt hier wegzuschleichen. Okay. Ach, seid ihr alle im Haus? Nee, nee, nee. Die anderen sind im Haus. Eri. Ja? Ich glaube, du bist immer noch nicht beim Wasser wach. Nee. Du bist gleich an der Hauptstraße. Du bist schon wieder in der falschen Richtung. Du musst runter. Oh. Ich bräuchte die Karte mal in groß. Ich fürchte, ich habe seine Hütte gefunden. Naja, du rennst gerade in den Süden. Du musst natürlich in den Norden. Du musst natürlich in den Süden rennen. Ja, aber das wurde mir auch so... Ach, die Karte dreht sich mit. Okay, jetzt ist mir klar. Das kann man im Menü auch ausstellen. Deswegen. Mhm. Das muss ich machen. Das verwirrt mich nämlich irgendwie voll. Das haben wir am Anfang auch gehabt. Und irgendwann hatte ich gesehen, dass man das zum Glück noch ausschalten kann. Ah, okay. Genau. So, ich durchsuche jetzt hier noch schnell die Häuser. Nee, hier ist ja gar kein. Okay. Ach, nur ein walkie-talkie. Also da ist Norden, dann muss ich da lang. Okay. Wir sollten Eri beobachten. Falls sie stirbt, dann wissen wir, wo die Schiffschraube ist. Und dann könnt ihr wieder abfahren. Mix immer. Oh, fuck. Ihr solltet mich jetzt gut beobachten. Ja? Ja, aber gut. Momentan können wir dich nicht beobachten. Also ich lebe jedenfalls noch. Du bist bei einem Haus. Und der Killer bei dir? Ja, ja, hinter mir. Ich habe das Boot gefunden. Scheiße. Habe ich ihn abgehängt? Sag mal, ist das bei euch auch manchmal, Buggy, dass ihr die Tür zumachen wollt? Und die Leute drückt das bis zum Ende und die macht es einfach nicht? Ja, manchmal ja. Da musst du einmal die Tür aufmachen und dann nochmal zumachen und dann kannst du sie verschließen. Ah, okay. Ich glaube, ich habe ihn abgehängt. Wie ich auch immer das jetzt gemacht habe. Keine Ahnung, aber... Oh, ich habe Gas gefunden. Also ich baue das jetzt ins Schiff, ins Bötchen. Ja. Was hast du? Hast du Gas, oder? Schiffschraube. Okay, ich komme mit Gas. Ja. Ich habe die Autoschlüssel gefunden. Der Mörder ist im Wasser. Oh nein. Scheiße, Aua. Okay, ich habe sie eingebaut. Aber ich gehe nochmal weg, weil... Ja, der ist da im Wasser. Ich sehe ihn. Also es ist ja auch so, dass der Mörder das Schiff zum Beispiel nicht hört. Wenn das gestartet wird. Oh, shit. Ich verstecke mich mal kurz in dem Haus vor dem Boot. Ja, da bin ich, glaube ich. Achso, nee, du bist in dem anderen, ja. Schau mal kurz, ob ich hier noch eine Waffe finde. Oh mein Gott, ich habe so einen Glück. Die Schiffschraube hast du aber reingemacht, oder? Die habe ich reingemacht, ja. Aber ich wollte halt da jetzt nicht stehen bleiben. Also der Killer ist gerade bei mir gewesen, ne? Und wo bist du? Bei dem großen Haus in der Nähe. Also dem gelben Haus. Sehr gut. Dann lass uns mal wieder zurück zum Schiff gehen. Ja. Ich werde jetzt das Gas einsetzen. Haut ihr ruhig ohne mich ab. Du weißt nicht, ob das funktioniert. Oh, noch ein erster Hilfespray. Sehr geil. Die Musik ist nämlich gerade extremst laut. Ist ja noch bei dir der Mörder? Äh, der müsste noch hier sein, ja. Ich komme jetzt wieder, ja, Cassie? Mhm. Ich komme mal nicht ins Boot. Ich habe nur leider absolut keine Waffe. Ich finde gerade keine. Ja, ich habe ja das Gas in der Hand. Ich habe jetzt leider auch nichts. Aber ich komme jetzt einfach. Dann hauen wir ab. Ja. Ist es schon drin? Ja, mach das. Ich bin gerade dabei. Okay. Aber ich habe Firecracker und ein erster Hilfespray zum Hochdruck. Das ist sehr gut. Gut, dass man da keinen Schlüssel braucht. So, ich bin da. Treiben die denn da bloß nur am Auto? Die haben nichts eingebaut. Okay. Oh Gott. Dann steig ein. Ich hoffe, ich steuere uns richtig. Wirst du schon machen. Achso, ich muss ja erst starten. Yeah, yeah. Oh shit, Moment, Moment, sorry. Nee, ich bin da raus. Oh Gott. Ich werde gleich sterben. Scheiße. Oh fuck. Oh Gott, jetzt fahr. Fahr. Scheiße. Was zur Hölle? Ich konnte nicht mehr. Nein. Und ich sitze einfach nur hier, oder was? Nein. Was ist, sterbt ihr gerade? Ja. Sie wird neben mir umgebracht. Ich habe ihn, ich habe ihn distracted. Ich habe ihn distracted. Hä? Da stand distracted, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Toll mit dem Feuerwerk hier. Oh Gott. Hä? Oh nein. Mist, wie geht denn das? Also ich war im Boot. Okay. Und ich habe A gedrückt, aber es hat einfach nichts gemacht. Irgendwie. Ja, bei mir auch nicht. Ich war ja dann sogar auch kurz auf der Fahrerseite. Ich glaube, weil uns der Killer dann schon rausgezogen hat. Das kann sein. Oh scheiße. Seid ihr schon tot? Ja. Neben dem Boot liegen unsere Leiche. Aber du kannst versuchen, um den Boot jetzt zu flüchten. Ja. Und das erste Hilfespray ist auch drin. Also alles für dich vorbereitet. Genau. Okay. Oh mein Gott. Na, dann mache ich mich mal auf und versuche das mal. Ja. Na, da freut der Killer sich jetzt, hey. Ja, ansonsten ist ja echt nichts passiert. Mhm. Es hat niemand irgendwie mal... Die verstecken sich auch alle nur noch im Schalt. Äh, nee. Also die sind... Drei Leute sind noch da. Also du, Killer Fink und Sascha Ader. Und die sind alle draußen rumrennen. Ja, ich sehe ja, wo die rumrennen. Die rennen irgendwo in der Balachai rum. Die machen sich nur gar nichts. Anstatt, dass sie mal die Häuser durchsuchen oder sowas, ne? Der steht da beim Baum nur, guckt. Der auch. Ja. Aber es ist scheinbar... Also dieser eine Sascha, der hat wohl jetzt Musik. Aber ich glaube, geht er Richtung Bootssteg? Ja, er geht zum Bootsteg. Das ist egal, er ist vollkommen auf der falschen Seite. Ich sehe hier auf der Karte. Ach so, ja, er ist auf der falschen Seite, ja. Mhm. Jetzt haben die beiden sich auch gefunden, ne? Echt? Mhm. Die sind zum Auto gelaufen jetzt. Ihr seid ja überhaupt nicht losgefahren. Ja, wir haben es versucht. Ich habe halt gedrückt, aber es hat nichts gemacht. Ja, die versuchen gerade das Auto fertig zu machen. Was sagtest du? R2 musst du drücken. R2? Das stand da gar nicht. Nächstes Mal dann. Hä? Guck mal, mein erster Hilfespray fliegt da voll rum. Hä? Ach, Moment, 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 Moment. Ich weiß. Wer ist denn? Ich bin so blöd. Der Motor ist ja schon an. Ja. Ja. Weg ist das gleich. Weg ist das gleich. Muss ich natürlich nur noch losfahren. Ah, okay. Aber keine Chance. Jason ist natürlich jetzt zu schnell. Wo ist der? Vielleicht schaffst du es noch. Doch, ich glaube, du schaffst es noch. Ich sehe den auch gar nicht. Wow, ich habe es tatsächlich noch geschafft. Super. Oh, mein Gott. Habt ihr den gesehen, oder wie? Nee, ich habe ihn gar nicht gesehen. Ja, ich habe nur die Musik gerade kurz gehört. Aber anscheinend. Hast du es noch geschafft, Mensch. Der ist beim Auto. Der ist beim Auto. Ja, der ist bei den anderen. Wahrscheinlich habe ich deswegen kurz die Musik gehört. Das kann sein. Was er in meiner Nähe war halt. Obwohl, nee, so nah ist das ja gar nicht eigentlich. Vielleicht einfach nur, weil der gerade die beiden angreift oder so. Ey, das ist jetzt nicht euer Ernst. Was denn? Das ist schon wieder abgestürzt bei mir. Echt? Ja. Jetzt kriegst du die Punkte nicht. Nee, ich kriege wir alle keine Punkte. Wir alle kriegen keine Punkte. Ach, stimmt. Aber halt besonders du, weil du hast es ja geschafft. Da kriegt man ja noch mehr. Das ist ja dann noch doofer. Na, dann werde ich wieder punktlos hier rausgehen, wie immer. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann in einem neuen Part bald wieder. Bis dahin. Tschüss. Genau. Dann tschüss. 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 Tschüss.